Hallo und guten Tag. Hallo. 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 Wir sind Simon, Frauke und Gundi von der Agentur Neobroth. Hallo. Herzlich willkommen bei Menge der Glas- und Fensterbau GmbH. Hi. Wir, das ist die Brockhaus AG. Die Firma Bünginger. Die Rede Dortmund. Wir, die Firma Hagen, die Zeltespezialist. Die Firma Ralf Brüser, Heizung, Sendung, Solar. Wir bieten weiterhin Praktikumsplätze an. Auch in dieser Zeit kann ich jedem ein Praktikum empfehlen. Wir möchten euch bei der Suche nach eurem Traumjob unterstützen. Auch wenn wir aufgrund von Corona derzeit im Büro und im Homeoffice arbeiten. Das Praktikum passiert bei uns komplett aus dem Homeoffice. Wir sind zu 100% digital unterwegs. Wir achten natürlich auf die Einhaltung der AHA-Regeln. Bei uns könnt ihr an der anderen in den Beruf der Büromanagement-Kaufleute reinschenfahren. Wenn ihr also Spaß habt am Programmieren, an der Informatik, Interesse am IT-Consulting, denn damit verdienen wir unsere Brötchen, dann kommt zu uns. Dann könnt ihr Praxiserfahrung trotz Corona sammeln. Eine ganze Menge lernen und viel Spaß haben. Und so haben wir heute viele, viele ehemalige Praktikanten, die Supermärkte leiten, die selbstständige Kauffrau, selbstständiger Kaufmann sind oder eine Führungsposition im Vertrieb oder in der Logistik haben. Wir freuen uns auf eure Bewerbung. Wir freuen uns auf dich. 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 Vielen Dank.